hallo liebe zuschauer wir schauen gemeinsam ins hebeldepot von der aktionär willkommen dazu hallo thomas läuft super kann man sagen also wirklich schöne performance wir sehen es auch hier meine auflistung aller werte die derzeit im depot versammelt sind und nein du verdeckst es nicht die ganze pracht also die positionen notieren also teilweise sensationell im plus hier sehen wir mal eine kleine übersicht wir gehen auch gleich alle auf alle der reihe nach ein unser letzter wert hier in der liste merck soll unser erster wert sein weil er relativ frisch im depot ist ich glaube noch nicht mal zwei wochen dabei was hat sich denn in der zeit getan ja noch relativ wenig wir hatten die position gekauft nachdem merck sein biosimilars geschäft an fresenius kabi verkauft hatte und damit auch eben den sprung über dieses allzeit dieses noch nicht allzeit hoch über dieses zwischen hoch geschafft hat das allzeit hoch liegt noch ein paar etwas länger zurück bei 111 euro 80 etwa wir sehen aber ein ja doch klein aber fein anstieg wir sind über dieses hoch von 107 euro 50 mittlerweile hinaus und ich denke mal dass wir in naher zukunft diese marke von 112 euro anlaufen und wenn wir auch diese hürde nehmen ich sage mal das umfeld für deutsche aktien ist sehr gut dann denke ich mal sind so kurse 125 bis 130 bis zum sommer möglich und das ist so der zielbereich wo wir dann auch die positionen wieder verkaufen würden ja du sagst gerade das umfeld für deutsche aktien ist zurzeit wirklich sehr freundlich wir sehen es ja auch ein allzeit hoch nach dem anderen im dax davon profitiert natürlich auch dass die pro weil viele dax werte dabei sind da kommen wir aber gleich drauf jetzt machen wir erst einen kleinen schwenk zu apple weil da gab es nämlich zahlen die sind auch wie gewohnt sehr gut ausgefallen ist bei apple ist ja alles irgendwie immer superlativ allerdings waren die iphone verkäufe etwas rückläufig machst du dir sorgen deswegen weil wir sehen ja dass die anleger in richtung iphone 8 schauen das ist der gradmesse den es zu beachten gilt wie werden die ausfallen von daher waren die zahlen in meinen augen wie erwartet gab zwar einen kleinen dämpfer im kurs aber wir sehen es auch hier schon wieder wir bewegen uns langsam wieder nach vorne neue höchstkurse sind nur eine frage der zeit wie gesagt hängt vom iphone 8 ab aber ja wenn die experten recht haben werden die verkäufe sehr stark ausfallen und wir sehen es hier auch position bewegt sich doch ganz gut im plus und wir sehen weiter steigende kurse hier machen wir gleich weiter mit siemens da gab es nämlich auch zahlen wie sind die denn ausgefallen siemens zahlen ja wie auch wie erwartet entsprechend getreu dem motto bei the rumors self effects gibt es heute kleine gewinnmitnahmen aber ist auch verständlich nachdem eine langweilige aktie wie siemens von 90 auf 130 euro steigt eine defensive aktie darf man da auch mal leichte gewinnmitnahmen erwarten wie gesagt dieser will noch das thema health care abspalten dann steht ja eine fusion mit bombardier im raum was die zugsparte betrifft hier wird es aber kartellrechtliche bedenken geben also da muss man erstmal abwarten dann hat siemens noch zugekauft harcon software anbieter der im fahrpläne hier mit einbaut keine ahnung wie das genau funktioniert aber nicht technisch nicht so weit drin aber das ganze der news flow hilft natürlich der aktie weiter und ich denke mal dass wir noch nicht das ende der fahnenstrange gesehen haben also auf jeden fall dranbleiben machen wir gleich weiter mit der allianz hat diese woche vorgestern glaube ich oder was gestern egal überraschend schon mal die vorläufigen geschäftszahlen vorgelegt war eigentlich erst für nächste woche geplant aber man hat die hauptversammlung genutzt um gleich mal was zu präsentieren weil da hat man sich durchaus etwas feiern lassen können weil die zahlen waren nämlich super oder die waren sehr gut es geht heute mit der aktie 4 euro 60 nach unten aber keine panik das ist der dividendenabschlag 7 euro 60 also wir sind schon wieder deutlich im plus mit der allianz aktie man sieht es auch am schein müsste auf der tafel sein 20 prozent im plus ich habe vorhin mal reingeschaut mittlerweile wir sind bei 4 euro also wir nähern uns eher der 30 prozent marke also es geht da wirklich rasant nach oben und ja für eine langweilige aktie ich hatte ja immer gesagt zu anfang mai da stehen wir bei 180 wir sind jetzt hier bei 172 wenn wir die dividende drauf rechnen dann sind wir bei 180 schön wenn man auch mal recht behält ja das kommt ja nicht so selten vor thomas machen wir weiter mit continental man hat pläne für die antriebssparte vorgestellt und man stellt sich hier auch ganz auf elektromobilität ein ein wichtiger schritt auf jeden fall genau man ist in china schon mit einem elektromotor oder mit einem konzept mit einem system schon vertreten um dort die die automobilhersteller zu beliefern das ganze soll ausgeweitet werden klar sinnvoll für einen automobilzulieferer in der größenklasse auch hier schaut es gut aus wir sehen hier auch den dividendenabschlag ist schon eingepreist also der schein auch sehr gut im plus mittlerweile hier sehen wir es 13 prozent und ich denke mal auch hier dürften wir bald neue neue höchstkurse sehen wenn wir da über diese marke von 209 gehen dann kommt noch mal dynamik rein denke ich und ja das unternehmen gibt es auf jeden fall her also auch hier noch einiges an potenzial naja amazon das wollte ich jetzt werde ich fast schon zu unserem könig des depots aber müssen wir uns noch eine sekunde gedulden kommen wir zu amazon auch hier traum chart man hat jetzt sei angekündigt mit dem lebensmittel die lieferdienst amazon fresh auch in deutschland zu starten hat ist schon gestartet wie findest du das würdest du lebensmittel über amazon kaufen nein würde ich nicht aber es gibt bestimmt menschen die für dieses wichtig also wird die halt nicht so außer haus mehr können die bestellen sich das natürlich dann bei amazon und da gibt es wahrscheinlich ein riesenpotenzial auch in deutschland und ja die zahlen sind natürlich auch sensationell ausgefallen vor allem halt das cloud geschäft ist das cloud geschäft passt nicht ganz zu amazon läuft natürlich wie verrückt und ja ich bin mir sowas von sicher dass wir die 1000 dollar marke sehen jetzt stehen mir ich glaube 940 rum und von daher wir sind jetzt 40 prozent mit dem schein in vorne ich denke mal die 50 sollten wir knacken ok also amazon fresh ist mir mal gespannt wie das läuft ist nicht nur für leute interessant die nicht aus dem haus können auch für leute mit kleinkind wer mal einen supermarkt mit einem kleinkind besucht hat der wird vielleicht amazon fresh zu schätzen wissen so jetzt kommen wir aber zum absoluten depot highflyer über 100 prozent im plus leoni auch eine der ältesten positionen seit ende januar mit dabei zwischenzeitlich war es ja mal 90 prozent im plus da hatte ich dann schon immer so das gefühl auch trenne dich doch mal dass du was mitnimmst aber du hast recht behalten mit dem langen atem da ist sogar noch mehr drin ja also ich sag mal über 50 euro das ist auch eine frage der zeit in unseren augen man hat sich jetzt vom elektro geräte geschäft haushaltsgeräte geschäft getrennt also das war überfällig ist auch ein eher non event aber ich sag mal ja die branche lebt die automobilbranche erholt sich in europa und davon profitiert natürlich auch eine leone auch wenn der trend hin zur elektromobilität geht aber auch hier wird man produkte von leone einsetzen und von daher denke ich mal kann es durchaus noch nach oben gehen du hast es angesprochen wir sind da schon lange dabei haben das muss man für die neueinsteiger oder neuen zu sehr sagen schon ein teil realisiert wäre das jetzt auch mal wieder also wir haben ja gesagt wir legen stopp denn wir vielleicht auch kontinuierlich nachziehen aber die position lassen wir laufen okay also gut so viel zum depot wir haben jetzt ein bisschen platz gewonnen ist ja einiges verkauft worden hast du schon etwas auf der watchlist was ja wir müssen oder wir wollen auf jeden fall jetzt nachdem wir noch hoch gesehen haben im dax noch mal nachlegen wir haben ja 8000 euro cash das sind so vier positionen die wir uns so vorstellen sind da auf der suche und es kann sein dass wir am heutigen donnerstag vielleicht noch was machen in dieser woche bestimmt noch eine transaktion tätigen und dann mal gucken wie das thema frankreich dann ausgefallen ist wir sehen ja hier eigentlich schon die tendenz dass macron gewinnen wird also von daher wird es keine riesen party am monag glaube ich geben sondern einfach diesen schönen aufwärts denn den wir am tag sehen dass sich der fortsetzt und von daher wird der fokus auf deutschen oder europäischen aktien liegen danke thomas für den kleinen überblick ich wünsche dir weiterhin so ein gutes händchen bin gespannt was sich bis nächste woche getan hat liebe zuschauer wenn ihr das zu lang dauert dann würde ich vorschlagen sie machen sich einfach einen account bei der aktionär.de da können sie dann nämlich hautnah mitverfolgen was sich im hebeldepot von der aktionär tut und ansonsten bekommen sie dann von uns noch mal ein persönliches update nächste woche